Ja, jetzt steht das Finale endgültig bevor und jetzt jubbt mir meine Nase. Die Rockstar Energy Rennmeisterschaft, das ist das WSR-Saison-Finale und das fahren wir jetzt noch. Drei Strecken haben wir denn hier. Miami, South Point Bay, drei Runden in Chicago und eine Runde in Kalifornien mal wieder. Ja, was fahren wir denn jetzt Schickes zum Abschluss? Komm, wir nehmen mal unseren neuen Wagen, wir fahren jetzt den Abschluss mit unserem neuesten Gefährt, mit dem Dodge Charger RT fahren wir jetzt hier durch die Gegend. Und dann ist die erste Saison abgeschlossen. Und mir ist immer noch warm. So, nochmal die Hände freimachen. So. Ja, unsere Fährle, die ist immer noch nicht meistverwendet, das ist Karre. Gefahrene Karriere-Distanz, sind wir mittlerweile 191,4 Kilometer? Ja, hui. So. Wenn du dein erstes WSR-Finale gewinnst, ist dir dein Platz im Geschichtsbuch sicher. Hol dir den Sieg. Was denkst du denn? Okay, das Saisonfinale steht an. Enttäusch deine Fans nicht. Nein. Hessen-Karte auf der Drei. Und wir auf der Elf. Hallo? Ja. Toll. Hau ab. Gut, weiter so. Also die Strecke-Kombinationen hier kennen selbst ich noch nicht. Glaube ich. Ja. Oh. Oh. Oh, wir sind fünfter. Vierter. Oh. Alter. Wo ist Harrison? Da. Bruno Silber führt aber. Harrison ist nur zweiter. Und dann Felix Wilson. Die erste Runde ist gleich noch nicht um. Erobachte jetzt genau seine Rennlinie und geh an ihm vorbei. Alter, die machen aber, die fahren hier aber ordentlich weg. Die kommen gar nicht an den Rand hier. Ich habe zwei Runden noch zu fahren. Wow, das sieht nicht gut aus. Ach. Oh. Wow, 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 wow. Nee, komm. Das war jetzt wirklich schlecht. Das muss natürlich so nicht sein. Oh. Schon besser. Dritter Platz. Push weiter. Sollen wir Harrison, machst du Platz oder muss ich mich wehren? Danke. Zweiter Platz. So, nur noch Bruno Silber ist vor uns. Harrison haben wir direkt mal gezeigt, wo hier der Hase langläuft. Wunderschöner Drift. Und wir ziehen vorbei. Boah, so. Du hast gerade eine neue Bestzeit aufgestellt. Letzte Runde. Wow, wow, wow. Jetzt habe ich einen Linksknick. Ich habe einen Linksknick. Dein linker Hinterreifen ist geplatzt. Das Heck wird jetzt den Kurven ausbrechen. Du musst kämpfen, um die Ideal-Dinie zu halten. Ja, schlechte Voraussetzung in der letzten Runde. Hinterreifen kaputt. Aber wir haben noch Abstand. Oh man. Das muss ich hier echt überspannend machen. Ich glaube es doch gar nicht. Ich kann hier noch nicht mal zu mehr driften. Boah, ist das echt schwer jetzt diesen Wagen zu halten. Hier, ihr seht den Linksknick. Ich muss immer gegen lenken. So eine Scheiße. Ich muss hier wirklich jetzt auf sich erfahren. Da ist auch das Ziel. Sie kommen noch mal ran. Harrison kommt noch mal ran. Aber wir gewinnen. Ja, boah. Durchatmen. Das war knapp. 20 Punkte. Letzter wurde Jason Smith. 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 Du hast den Platz an der Sonne in der Gesamtwertung. Lass dich nicht verdrängen. Sehe ich so aus. Ja, dafür verletzter. Oh, ganz klar. In der Bestliste. Gefahrene Karrieredistanz ist natürlich jetzt hochgegangen. Auf 199,4. Och, schade. Keine 200. Und mir ist warm, warm, warm. Boah, ich bin da. Ich jammer hier schon. Längster Drift in der Karriere. Da haben wir aufgebessert. Auf 156 Meter mittlerweile. So, ab nach Kalifornien, ne? Die Straßen hier sind breit. Nutze alle Auslaufkuchen, um den Speed hochzuhalten. Harrison Carter steht auf Pole. Er will sich sicher schnell absetzen. Hefte dich an seine Fersen. Ja, mal gucken, wo wir starten, Scott. Dann jetzt mal abwarten, ne? Ja, vom 9. Alter, da zieht der Nister noch mal sauber durch. Oh. Ups. Du hast einiges an Boden verloren. Du musst jetzt eine Aufholjagd starten. Ja, reiche ich hier die ganze Zeit hier. Oh, Mann. Sechster. Schönes Manöver. Der nächste kommt gleich. Ups. Ja, du musst jetzt die Wand mitnehmen, weil wir sind nur Fünfter. So, wieder. Zwei Runden zu fahren. Nein. Du darfst auf keinen Fall die Front weiter beschädigen. Hat sich eigentlich nicht vor. Wir gehen jetzt hier volles Risiko. Nein. Oh, scheiße. Hallo, du hältst mich hier auf. Oh, hältst du. Eine Runde hast du noch. Da vorne. Gleich. So leicht wirst du hier nicht gewinnen, mein Freund. Du bist gerade die schnellste Runde des Rennens gefahren. Ja, Harrison wehrt sich noch. Oh, du Drecksack. Oh, war aber ein fieser Trick, mein Freund. Oh, mein Auto ist gelb. Orange. Ich kann gar nicht wissen, was hier alles kaputt ist. Oh, das ist ein spannender Kampf hier. Hau ab. Das ist mein Sieg. Okay, Iceman. Das ist der erste Platz. Gut so. So, ein bisschen die Wand mitgenommen. Auch Harrison. Aber wir führen. Sind nur noch ein paar Kurven. Oh, mit kaputtem Auto. Nein, 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 nein. Da ist das Ziel. Nein, 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 nein. Du Arschkopf. Ah, so knapp. Scheiße. 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 Sehr gut. Du führst das Event an. Punktgleich sind wir jetzt. Aber das ist auch scheiße. Die letzte Kurve verkackt. Ah, Mensch, ey. Ja, das war klar. Jetzt entscheidet sich alles im letzten Rennen. Toll. Kalifornien wieder. Jetzt müssen wir gewinnen. Der Waldabschnitt erfordert höchste Konzentration. Ein falsches Manöver und du wickelst dich um einen Baum. Das ist die letzte Runde. Gib alles, was drin ist. Und noch etwas mehr. Bruno Silva auf 1. Ja, der stört mich nicht. Ich brauche Harrison. Wir starten von 5. 6. 5. Das wird nicht leicht. Wow. Nee, komm, dann starten wir schon mal neu. Nee, nee, nee. Oh mein Gott. Das wird schwierig jetzt hier. Das wird schwierig. Weg mit dir. Ich will nur vor dir landen, mein Freund. Ja, du Dreckzack. Ich bin wirklich fast die ganze Berg hochgefahren. Ja, fahr mir rein. Ja, genau so schlecht. Harrison, mach doch mal Platz. Ich seh den gar nicht. Ja, ich versuche ihn noch zu kriegen. Aber verspricht gleich nichts, du. Komm, Bruno. Ich mache einen Fehler. Nein, jetzt mache ich ihn fast. Ja, ich glaube, das macht Bruno. Ich komme da nicht ran. Der zieht wieder weg. Aber ich will einfach nur für Harrison bleiben. Da müsste niemand die Saison trotzdem gewonnen haben. Da ist das Ziel. Nee, das ist nicht mehr drin. Ja, soll Bruno sich freuen über den Sieg? Wir müssen trotzdem wieder in der Tabelle oben landen. Eigentlich. Du hast dein erstes WSR-Final gewonnen. Ich wusste, dass du das kannst. Puh. Das war aber spannend noch. Oh, Mann. Well, a number of events have already taken place under the banner of World Series Racing. The exciting brand-new series has quickly captured the imagination of core U.S. motorsports fans. Question remains, can the WSR become a legitimate player in the busy marketplace of pro sports? Joining me on our final segment today, resident analyst Toby Moody. Toby, first impressions. Can this organization make a long-term mark? Well, first things first, so far WSR has been a massive hit, not just in the U.S., but with fans who are in touch with motorsport all over the world. Sponsors, the entire motorsport fraternity. The question is, can we now find a global star, a real big hitter of a driver? You're saying that they need a superstar? Absolutely, absolutely. That's really the brainchild of Callaghan, isn't it? Because, you know, we're competing with so many other sports here, but if we can find a personality and a super Uber driver, who has such a skill to be the best in the world, then that's just going to be a massive, massive hit. It's the big question moving forward, Toby, thanks, and we're going to be keeping a keen eye on this organization's progress. Much more on SportsCenter coming up. Hallo, wir sind der Superstar. Hallo. Hallo, wir sind der Superstar. Hallo, wir sind der Superstar. Nö, also wir. Oh, die Fans steigen, die steigen auf 115.500. Krass. Krass, die Sache. Du hast eine solide erste Saison absolviert. Jetzt wollen wir noch eine Schippe drauflegen. Deswegen habe ich dich an einen neuen Arbeitsplatz versetzt. Alles funktioniert wie in deiner alten Garage. Du solltest dich also schnell eingewöhnen. Ja. Ich möchte jetzt in Europa Fuß fassen. Wir müssen uns ranhalten, wenn wir die Leute dort beeindrucken wollen. Aber wenn es uns gelingt, können wir die BSR mit noch mehr Autos und neuen Rennmodi noch attraktiver machen. Okay. Hört sich gut an. Ja. Da, hallo. Mit welchem Auto möchtest du antreten? Lass es mich wissen. Ja, was nehmen wir denn? Wir haben ja den Hyundai Genesis Coupé und den Subaru BRZ. Der hat weniger Beschleunigung. Der hat ein bisschen mehr. Das wird eher weniger am Leistung. Komm, wir nehmen ihn hier. Den Hyundai. Die andere Belohnung kannst du später bei einer Fahrzeug-Challenge gewinnen. Ja. Okay, gute Wahl. Die harte Arbeit macht sich bezahlt. Ein weiterer Sponsor möchte eine Werbefläche auf deinem Auto kaufen. Ja, soll ich nochmal kaufen. Belege im Event Barcelona Rennen. Mindestens den dritten Platz. Ja, das schaffen wir ja wohl locker. Was haben wir hier noch? Gewinne ein Divisero Renn-Event. Ja, lassen wir mal so drin. Was haben wir denn hier noch für den Sponsor? Schlage auf Quell, schleife eine Rundenzeit für 50 Sekunden. Halte 5 Sekunden lang 160 kmh. Ja, komm. Okay. Ja, also hier ist eine Menge los. Ja, dann machen wir das hier jetzt. Eins. Du musst dein ganzes Können zeigen, um die hohen Erwartungen von Divisero zu erfüllen. Wenn wir einen europäischen Club in der WSR hätten, könnten wir den Fans damit zeigen, dass wir ihnen nur den besten Rennsport bieten. Gehen wir selbstbewusst an die Sache heran. Okay. Im Zeitfahren versuchen die Fahrer, auf der vorgegebenen Strecke die schnellste Zeit aufzustellen. Bei rundenbasierten Events kannst du mehrmals versuchen, eine Bestzeit aufzustellen. Bei Etappenrennen hast du nur eine Chance. Behalte die Ideallinie und den Verkehr im Auge. Verkehr? Na toll. Haben wir auch noch Verkehr hier oder was? Ah, wird ja jetzt lustig. Ja, aber das fahren wir alles beim nächsten Mal, weil für heute ist Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir sind ja jetzt in Europa. Dann geht es jetzt los. Da fassen wir jetzt als nächstes Fuß. Ja, dann würde ich sagen, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es heißt, Let's Play Crit 2. Ich bin jetzt auch raus. Alles Gute wünsche ich euch. Euer Mucke. Ja...